Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge at Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Lichte und hier sind dann doch ein paar Züge unterwegs. Sehr schön. Gut, wir haben geplant, dass wir von Lichte nach Neustadt, nicht Neuhausen, da muss ich dann auch noch was machen. Da sind ein paar Linien wieder als Neustadt benannt, keine Ahnung warum. Ne, als Neuhausen. Und Neustadt ist es, genau, benannt. Gut, jetzt machen wir aber noch was anderes, nämlich der Skilift hier in Oberböser, da gab es mehrere Updates. Da war tatsächlich irgendwas vom Morgs drin. Also das konnte gar nicht funktionieren, was wir gestern gemacht haben, weil es eine fehlerhafte Version war. Es gab nochmal zwei, drei Updates und jetzt müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier alles bereits gemacht haben und was wir hier nochmal kurz ändern müssen. Also zuerst würde ich mal sagen, wir machen mal Pause. So, diesen hier. Und nehmen hier nochmal die Kabel weg, damit wir hier irgendeinen Pfeiler hinkriegen. Weil das wurde mehrfach geschrieben. Herr Heisenberg, das sieht komisch aus, wenn dort kein Pfeiler ist. Warum haben wir hier eigentlich eine Strasse? Na gut, das können wir nämlich auch noch machen. Es gibt nämlich eine unsichtbare Strasse, die man tatsächlich mit der Mod mitgeliefert kriegt. Da müssen wir nicht das Teil hier nehmen. Gut, jetzt wo bin ich stehen geblieben? Genau, das von Pfeiler setzen. Ähm, jetzt wäre noch schön, wenn ich gleich mal herausfinden würde, wo die Pfeiler sind. Und die sind hier gut. Das hat ja schon mal gut geklappt. Der ist ein bisschen hoch. Machen wir den ein bisschen runter. Und machen den, wenn wir von hier kommen, würde ich sagen, plus minus etwa hier hin. Vielleicht noch ein bisschen so ausrichten. Zack, einmal so. Dann schnappen wir uns das Ok-So. Doch, müsste passen. Da muss ich vielleicht dann noch das Ganze ein bisschen absenken. Das kann aber auch sein, dass ich dann die Strasse hier unten doch noch kappen muss. Weil die blockiert natürlich sonst dann das Ganze. So, wir bräuchten, ähm, hier, die Teile. Moment, wo war es? Bei der Eisenbahn, genau. Äh, ein Gleis. Nehme ich das hier. Und dann hängen wir das mal zusammen, wenn es irgendwie geht. Einmal hier rauf. Da rein. Jawohl. Und dann einmal in die andere Richtung. Jawohl, dann haben wir das schon. Und von hier den ganzen Spass, wenn ich ihn erwische. Hier rauf. Jawohl, und jetzt müssen wir halt schnell gucken, ob hier irgendwas auf dem Boden aufschlägt. Weil das ist, äh, sagen wir mal, nicht ideal. Moment, da ist die Verbindung. Müsste passen. Funktioniert das jetzt? Das ist irgendwie, ne, das ist irgendwie neben dem Dingens da. Moment. Das ist ja interessant, wie man das alles irgendwie tatsächlich auch daneben hängen kann. So, hier unten rein. Und jetzt müsste es, glaube ich, stimmen. Und das ist aber auch falsch. Das machen wir auch nochmal. Von hier aus kommen, da rein. So, funktioniert es jetzt? Ja, jetzt passt es. Hier ist eigentlich okay. Weil ich werde jetzt gleich noch ein paar weitere Gondeln hinhängen. Äh. Wir machen hier mal folgendes. Oh, nicht mit dem Riesenteil. Dass wir das ein bisschen begradigen. Ne, das war genau die falsche Richtung. Moment, ne, das wollte ich auch nicht. Das korrigieren wir wieder. Gehen wir halt runter. So. Ah, ja. Das ist das, was ich meinte. Da ist halt die Strasse da runter. Äh. Man lasse mich mal ganz schnell diesen hier. Mit der Strasse. Dann müssen wir es eigentlich sehen. Ne, sehe ich nicht. Wenn ich den Bagger nehme, dann sehe ich es. So, das muss weg. Weil sonst kann ich hier natürlich landschaftlich gar nichts machen. Das geht nicht. So. Das wieder begradigen hier. Hier ein bisschen so. Ja. Lass mich jetzt nochmal ein bisschen runterdrücken. Nicht, dass hier irgendwie eine Gondel dann drin hängt. Das wollen wir tatsächlich nicht. Gut, jetzt müssen wir passen. Jetzt weitere Gondeln. Wir können eigentlich wieder auf Play gehen. Die können ja wieder fahren. Jetzt hatten wir doch hier ein Depot. Äh, da haben wir es doch schon. Die Gondeln nochmal schnell suchen. Wir könnten die auch klonen. Aber ich habe festgestellt, bei solchen Sachen, wenn es tatsächlich nicht Züge sind oder Busse, dann kann es tatsächlich sein, dass das Spiel einfriert. Deswegen mache ich das tatsächlich lieber so. Jetzt, äh, wo waren denn gleich nochmal die Gondeln? Jetzt muss ich die wieder suchen. Sonst mache ich dann doch. Das ist Klone. Dann werdet ihr aber sehen, dass ich tatsächlich recht habe. Das kann dazu führen, dass das Spiel einfriert. Äh, Gondel, Gondel, Gondel. Da sind sie doch. Äh, machen wir nochmal vier Stück dazu. Kaufen, Dankeschön. Äh, ne, jetzt habe ich es natürlich wieder falsch gemacht. Moment. Nicht so schnell. Ich möchte halt die Skifahrer endlich sehen. Also, machen wir hier eine 4 rein, dann geht das besser. Kaufen, zuweisen. Wäre die Seilbahn. Dann haben wir vier weitere, dann haben wir ja auch ein bisschen mehr Betrieb. So, jetzt zur Skipiste selber. Jetzt müssen wir schnell mit der unsichtbaren Strasse arbeiten. Also, Strasse haben wir hier. Äh, gibt es hier sowas wie Seilbahn? Nein, da muss ich tatsächlich gucken. Die müsste klar zu erkennen sein als unsichtbar. Da haben wir sie schon. Guck mal hier. In wie bissel. Genau, in wie bissel. Invisible Skying Slope for going up. Machen wir mal, damit der Bus, beziehungsweise die Skifahrer eben wieder rauf kommen. Dann müssen wir das hier schnell ändern. Ja, aber nicht das Ganze hier. Das ist ja noch Skipiste da hinten. Warum wird das dann auch übernommen? Das möchte ich nicht als unsichtbare Strasse haben. Ich möchte nur den Bereich hier tatsächlich haben. Wisst ihr was? Manchmal ist es besser, man macht es einfach nochmal neu. Zumindest mal bis hier hin. Dann haben wir das hier. Gehen hier auf Bauen. So, das muss ja nicht mal unbedingt unter der Erde sein. Weil es ist ja sowieso unsichtbar. Wir machen es jetzt trotzdem mal. Und gucken, dass wir hier reinkommen. Das kommen wir. Dann können wir das hier wieder ändern. Zack. Zack. Und dann müsste das passen. Und jetzt muss das noch verbunden sein. Und zwar so. Äh. Dass das nach der Haltestelle ist. Also da muss ich jetzt schnell gucken. Ich glaube, ich muss die Haltestelle nochmal kappen. Weil ich komme hier hinten wahrscheinlich nicht rein. Wenn ich das so mache. Moment, nehme ich mal. Dann wieder Bauen. Wenn ich so verbinde. Das ist natürlich die falsche Richtung. So verbinde. Dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren immer noch. Weil das zu nah dran ist. Wir werden es sehen. Gut. Und hier unten. Müsste eigentlich passen. Wir können mal gucken. Können wir eine Linie machen. Sonst muss ich da nochmal kurz was umbauen. Äh. Station hinzufügen. Wäre dann einmal hier. Und das andere wäre hier oben. Ah doch. Es funktioniert. Schau an. Ja. Gut. Zumindest funktioniert es mal hier. Das wäre dann Linie 1. Wäre für uns. Ski. Piste 1. Jawohl. Passt. Dann gern die zweite. Die wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Das werden wir jetzt gleich sehen. Jawohl. Weil da die Haltestellen eben falsch sind. Aber das werden wir gleich ändern. Ski. Piste. Number 2. Haben wir auch. Bestens. Jetzt schauen wir schnell. Wenn wir hier die Invisible Strasse haben. Hier unten ist das andere Teil. Das ist ja auch nicht verbunden. Das kann ja nicht gehen. Und hier geht es wahrscheinlich tatsächlich sowieso nicht. Weil hier ist die Haltestelle zu weit oben. Das heisst dich nehmen wir schnell weg. So. Setzen dich wieder hin. Eine Haltestelle. Äh. Habe ich jetzt hier einen Tunnel? Ja. Ist aber okay. Oh. Wisst ihr was das ist? Das ist so. Das gibt es ja in der Schweiz. Da haben sie wieder den Berg ausgehöhlt. Aus militärischen Gründen. Haha. Das ist so der Eingang zu so einem inner. Ja. So einem unterirdischen Stollen im Berg drin. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil passen tut es. Aber eben. Jetzt brauchen wir natürlich hier nochmal eine Haltestelle. Gebäude. Äh. Kollege Skilift. Wo war denn die Haltestelle? Gleich nochmal. Die war schon irgendwo hier. Ja. Da ist sie doch schon. Also wenn wir hier rauf kommen. Dann starten wir hier. Wird schon mal funktionieren. Die Strasse wieder machen. La Strasse haben wir hier. Dann können wir das hier wieder ändern. Jawohl. Passt schon. Und hier unten müssen wir das Ganze wieder anschliessen. Und zwar. Ja. Dahinter irgendwie. Also dass wir hier so rauf gehen. Ich kann ja mal die Kurve noch aktivieren. Das soll auch schon mal geholfen haben. So. Irgendwie so. Einmal die Kurve und da rein. Und dann müsste es jetzt eigentlich passen. Mit der Linie müsste man denken. Äh. Ne. Geht immer noch nicht. Gut. Machen wir dich doch mal weg. Und machen das nochmal separat. Aber jetzt müsste es eigentlich tatsächlich gehen. Der kann hier lang. Und dann können sie hier lang. Und dann hier rauf. Ja. Und dann haben wir hier nochmal so einen unterirdischen Stollen. Beziehungsweise das ist der Ausgang von da oben. Wenn man wieder aus dem Berg raus will. Würde ich vorschlagen. Gut. Also. Äh. Die Linie habe ich gekappt. Das heisst wir machen eine neue. Und schauen ob es jetzt geht. Jawohl. Jetzt geht es. Aha. Ohne dass ich hier was rein nehme. Ich nehme das mal noch rein. Aha. Dann haben wir eine Fehlermeldung. Moment. Nehme ich das nochmal raus. Also das funktioniert. Dass sie hier rauf fahren. Buschspuren fehlen noch. Das muss ich noch machen. Und bei den Linien das andere Ding noch einstellen. Aha. Hier haben sie aber auch hier mit dem Bogen drin. Also hier fahren sie tatsächlich. Und hier fahren sie dann wieder rauf. Ja. Ich muss mal hier bei der Linie. Warum geht das denn nicht. Wenn ich das hier oben rein nehme. Das finde ich dann tatsächlich noch interessant. Dann kommen sie hier nicht lang. Wie sieht es aus mit der Strasse. Die ist eigentlich verbunden. Und das ist eigentlich die richtige Richtung. Und hier müssten sie eigentlich auch. Das müsste doch verbunden sein hier. Neh. Das gefällt mir wieder nicht mehr. Irgendwas passt hier nicht. Wir kappen mal das nochmal. Achso. Das geht so auch nicht. Das geht aber. Wenn wir hier bei der Strasse. Äh. Werkzeuge. Eine Tramschiene rauf machen. So. Hier eine Tramschiene rauf. Dann können wir es nämlich wieder abreissen. So. Gut. Dann schauen wir nochmal. Invisible Strasse. Nicht bauen. Äh. Doch. Bauen. Nicht ändern. Ja. Den Bunker würde ich so lassen. Dass wir den Bunker haben. Vielleicht muss ich hier ein bisschen weiter nach hinten. Hier würde es gehen. Zack. Okay. Ändert aber glaube ich an der Linie noch nichts. Dass die immer noch nicht funktioniert. Ne. Machen wir das nochmal weg. Dann funktioniert es interessanterweise wieder. Ja. Aber man muss das hier oben doch trotzdem reinnehmen. Das gibt es ja nicht. Äh. Wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. Hier unten. Beziehungsweise. Ne. Bei der Linie. Da müssen wir hier auf Dingens gehen. Äh. Entladen hier unten. Nur entladen. Sonst fahren sie wieder hoch. Das Ganze hier hinten auch nochmal schnell. Bei der Linie. Äh. Linie eins. Äh. Moment. Hä. Was ist das denn hier? Ski. Wo ist denn mein Ski? Meine Ski-Dingens. Ski, Ski, Ski. Machen wir doch das Auge rein. Dann finden wir die Skipiste. So. Jetzt geht es wieder. Und zwar bei. Beim Tannenweg. Wollen wir hier entladen. So. Dann haben wir das auch. Ändert jetzt aber nichts dran. Oh doch. Jetzt sind die Warnungen weg. Aha. Achso. Ich habe die Linie hier aber eben noch nicht fertig. Ja. Hier ist nur ein Dingens drin. Finde ich komisch. Das müsste eigentlich gehen. Wenn ich das hier. So hier hin mache. Dann müssten die doch hier rauf kommen. Und dann. Da rein. Ist das zu nah dran? Vielleicht ist das hier zu nah dran. Müssen wir das nochmal kurz kappen. Beziehungsweise wir machen es anders. Wir kappen das Teil. Und stellen das nochmal hin. Das wäre dann das. Äh. Durchsichtige Teil gewesen. Das hier. Das kommt mal. Sagen wir mal hier hin. Okay. Die Linie funktioniert aber immer noch nicht. Wie wir sehen. Ja. Löschen wir es halt nochmal. Und machen sie nochmal neu. Das hängt schon zusammen hier. Doch. Das hängt zusammen. Ich baue das auch nochmal kurz neu. Sicher ist sicher. Äh. Strasse. Ja. Man sieht es funktioniert. Ist auch die richtige Richtung. Und dann hier wieder zurück. Ja. Hier runter. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Hm. Äh. Machen wir hier nochmal ein Tramteil hin. Werkzeug. Tram. Na. Das ist die Buschbur. Ach. Die Buschbur habe ich aber auch noch vergessen. Ja. Aber der. Kannst du das deswegen nicht funktionieren? Machen wir doch die Buschbur noch hin. Einmal Buschbur. So. Müsste passen. Und hier hinten die Buschbur. Die haben wir. Hier unten aber noch nicht. Hier noch einmal Buschbur. Und das hier sollte keine Buschbur sein. Nehmen wir das wieder weg. Gut. Würde glaube ich passen. Ne. Hier oben fehlt noch Buschbur. Ne. Das ist die Piste. Moment. Jetzt habe ich aber zu viele Buschbur. Hier auf der Piste brauchen wir ja keine. Darf ich jetzt die Piste hier mit Buschbur versehen? Wahrscheinlich ja. So. Machen wir mal. Hier. Kriege ich sie irgendwie gerade nicht weg. Jetzt geht es. So. Keine Buschbur. Hier Buschbur. Wird aber nichts daran ändern, dass die Linie nicht funktioniert. Genau. Hier. Dann einmal Linien aufrufen. Neue Linie. Von. Hier oben. Das wäre hier. Nach hier unten. Das wäre hier. Aha. Jetzt geht es. Jetzt ist halt die Haltestelle genug weit weg. Gut. Das hätten wir. Was sollst du natürlich noch nicht haben, sind die Skifahrer. Und warum habe ich jetzt hier Linie 1 und Linie 2? Habe ich hier doch noch? Moment. Das kommt mal weg. Die Linie 2 wäre Skipiste 2. Ja. Müsste passen. Geh nur mal runter. Hier. Und gucken. Äh. Skipiste 1. Skipiste 2. Das passt. Eben. Die Skifahrer fehlen natürlich jetzt noch. Das müssen wir machen mit einem Besuchermagneten. Jawohl. Und dann setzen wir hier doch mal. Hier haben wir auch schon was gesetzt. Setzen wir hier doch ordentlich mal ein paar Besuchermagneten hin. Habe ich sonst noch was vergessen? Das mit Ausladen habe ich. Die Buchspuren habe ich. Nö. Das müsste jetzt eigentlich halbwegs funktionieren. Also. Ähm. Die haben wir hier hinten. Bei den Assets. Zack. Einmal so. Machen wir Personkapazität hier mal ordentlich rauf. Damit hier ein bisschen Betrieb entsteht. Hier eine Bank hin. Mit denen. Dann eine mit denen. Und eine mit denen. Dann sollten hier dann demnächst Leute spawnen. Und jetzt bauen wir das Ganze hier hinten noch. Wo ist hier die Haltestelle? Hier oben. Ja. Einfach das muss einfach dranhängen. Das tut es auch. Aber ich kann es da nicht bauen. Aber hier kann ich es bauen. Dann noch einmal Residential. Zack. Und dann müsste das eigentlich klappen. Wie sieht es hier aus? Jawohl. Da sind schon die ersten Leute unterwegs. Pass. Jetzt brauchen wir aber noch die Busse. Beziehungsweise die Skifahrer. Die hier auf die Strecke kommen. Und da frage ich mich ein bisschen. Wie wir das machen. Da brauchen wir halt ein Depot. Und jetzt hier oben ein Depot hinstellen. Das verschandelt uns wieder alles. Hier unten haben wir auch nicht wirklich viel mehr Platz. Aber ein bisschen eher. Es gibt halt kein Depot. Wenn ich mich richtig erinnere. Wo haben wir denn die Depos? Hier hinten. Es gibt halt kein Depot, das unsichtbar ist. Oder das ganz klein ist. So wie wir es bei den Zügen haben. Da haben wir das Prellbock Depot. Das sieht man dann fast kaum. Was ist hier ganz klein? Halt gar nichts. Aber so ein Gebäude passt hier ja eigentlich auch hin. Haben wir mal einen Bus. Ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Wenn wir dich jetzt hier ranhängen. Irgendwie an die Strasse. Beziehungsweise an die Skipiste. Dann müssen wir eigentlich hier die Fahrzeuge. Beziehungsweise Skifahrer kaufen können. So, die sehen wir aber erst. Wenn dann der Bus im Prinzip bestiegen wird. Also zuerst werden hier wahrscheinlich unsichtbarere ausfahren. Jetzt brauchen wir hier hinten noch ein Depot. Das ist eine andere Strecke. Äh. Ja. Machen wir das gleiche. Muss einfach hier dranhängen. Und das hängt auch schon. So. Retten wir. Dann gehen wir mal gucken. Jetzt kaufen wir uns mal ein paar Skifahrer. Ich freue mich drauf. Äh. Hier drinnen. Schauen. Fahrzeug kaufen. Kann ich da mit der Suchfunktion? Äh. Ski. Ja. Da haben wir sie doch schon. Hier. Ski. 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 Schnell. Mit 50 kmh. Mit 90 kmh. Oder mit 25 kmh. Ich würde sagen. Hier machen wir mal die normalen hin. Und machen mal. Ja. Fünf Stück dürfen das schon sein. Kaufen wir die. Weisen die zu. Wäre dann Ski Piste 2. Und wenn wir jetzt schnell gucken. Hier kommt wahrscheinlich nichts raus. Man sieht aber die Türen sind offen. Das heisst irgendwas kommt schon raus. Man sieht es noch nicht. Eben. Weil erst müssen die Leute hier oben dann. In den Bus reinsteigen. Die die hier warten. Gut. Jetzt schnell runter. Hier zum anderen Depot. Das wäre dann hier. Hier brauchen wir auch noch ein paar Skifahrer. Jetzt haben wir da hinten im Prinzip die langsamen. Dann würde ich hier. Machen wir hier mal sechs schnelle hin. Kaufen. Zuweisen. Ski Piste 1. Und dann passt das ebenfalls. Und wenn wir jetzt Glück haben. Sollte hier relativ schnell dann mal ein erster Skifahrer stehen. Wir können ja mal schnell gucken. Lass mich mal hier. Zack. Das hier nehmen. Äh. Auge. Und dann schauen wir mal wo die sind. Da sieht man. Sie fahren hoch. Ja. Das dauert jetzt halt bis die hier oben sind. Man sieht hier unten ist ja noch das Depot. Das wird jetzt wirklich im Momentchen dauern. Wir können ja hier mal auf schneller gehen. Das kann ich ja nicht weg machen. Irgendwann müsste. Hier. Hier müsste eigentlich irgendwann einer rauskommen. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Aber halt auch unsichtbar. Der wird dann hier oben im Prinzip umgewandelt von einem unsichtbaren Bus. In einen Skifahrer. Wenn es denn funktioniert. Moment. Sehe ich hier noch keinen. Schnell da mit dem Tempo runter. Wenn hier ein Skifahrer auftaucht. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Da. Da ist er. Guck mal. Pause. 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 Da ist unser erster Skifahrer. Es funktioniert. Wie schön ist das denn? Also machen wir hier ein normales Tempo. Und steigen hier natürlich gleich mal kurz ein. Hallöchen, Kollegin. Oh. Aber mit ganz interessanter Haltung. Mit verschränkten Armen. Okay. Dann Fuss vom Ski. Ja. Das ist natürlich. Man darf nicht vergessen. Das wurde von Urban Games nie so angedacht. Dass hier irgendwann mal Skifahrer rumfahren. Aber das ist doch voll cool. So. Hier unten. Das ist eigentlich die Mittelstation. Hier düsen wir nochmal eins weiter. Ach. Jetzt sogar freihändig. Schau mal. Oh. Mit schöner Aussicht hier. Aufs Städtchen runter. Ja. Ist nicht eine allzu lange Strecke. Aber. Also das sieht doch einfach wirklich stark aus. Noch mal ein bisschen rauf. Ja. Genau. Noch mal den Fuss heben. Ein bisschen Posen halt. Und dann ist die gute Frau weg. Sauber. Wir haben die Skifahrer. Jetzt gehen wir noch schnell gucken bei der anderen Piste. Äh. Wenn ich sie finde. Ob da auch schon Leute unterwegs sind. Also Skifahrer. Jetzt muss ich schnell gucken. Halt. Das hier ist die Nummer 1. Hier oben. Hier müsste das sein. Ja. Die warten noch. So wie es aussieht. Oder da ist vielleicht sogar schon einer unterwegs. Weiss ich jetzt nicht. Ich würde hier ja gerne auch noch mitfahren. Muss ich gestehen. Wir können ja mal schnell noch mal gucken. Mit dem Teil hier. Bei der Skipiste. Das wäre die hier. Wo sind die? Ja. Die kommen auch da her. Das wird auch wieder ein weiter Weg natürlich. Ja. Da sind aber relativ bald schon welche da. Machen wir hier wieder weg. Wo steht der Skifahrer? Der müsste irgendwo hier dann stehen. Ja. Dauert ein Momentchen. Wir sind bis einfach. Dass die Leute dann einsteigen in den Bus. Und dann mit dem Bus runterfahren. Oder es steigt glaube ich bloß eine Person dann halt ein. Ja. Ich sehe hier aber keinen Skifahrer. Noch nicht. Warte ich am falschen Ort? Ne. Ich glaube nicht. Die müssen ja hier sein. Hier ist ja im Prinzip die Tafel. Sollen wir nochmal schnell hier gucken. Wir sind natürlich jetzt nicht auf Hyperspace Tempo. Sondern auf normalem. Nicht, dass ich den Skifahrer dann verpasse. Ja. Da kommt er gerade daher. Jetzt ist er hier oben. Na. Man reiche mir den Skifahrer. Eigentlich ist er doch hier oben. Äh. Möchte gerade noch nicht. Jetzt. Ne. Immer noch nicht. Irgendwas hat sich bewegt. Achso. Er muss natürlich im Prinzip der Bus halt bestiegen werden. Ja. Aber wir haben hier ja eigentlich Leute gehabt. Die müssten hier reinsteigen. Ist das nicht verbunden hier? Mit der Tafel? Doch. Guck mal hier. Das müsste eigentlich verbunden sein. Ja. Ist mir gerade ein bisschen ein Rätsel. Warum hier keiner einsteigt. Hier ist ein Bus. Die anderen sind noch nicht da oben. Schon die richtige Skipiste. Jawohl. Ja. Bei der anderen Piste geht's. Das haben wir gesehen. Ist hier schon wieder jemand? Nö. Noch nicht. Hm. Ja. Eigentlich ist er ja hier. Das Strassenfahrzeug 1. Er wird aber nicht in Skifahrer umgewandelt. Ich gucke mal nochmal ganz schnell. Äh. Nein. Nicht mit dem. Das müssen wir noch nicht. Ob hier. Äh. Im Prinzip der Besuchermagnet tatsächlich greift. Mal schauen. Ah. Die V. Man sieht ja. Da sind Leute. Es geht aber darum. dass das hier mit der Tafel mit der Bushaltestelle eigentlich verbunden sein muss. Ich mache hier mal nochmal welche hin. So. Da sieht man. Das ist verbunden. Ja. Da kommen auch schon Leute raus. Das reicht eigentlich schon. Vielleicht, dass es jetzt funktioniert. Jetzt brauchen wir aber nochmal irgendwie Kollege Dingens. Kollege Linie. Mal schauen. Mal schauen. So. Ich gebe nicht auf, bevor hier nicht auch noch einer auftaucht. Definitiv nicht. Wir können hier wieder ein bisschen schneller stellen. Wir verpassen in dem Sinne ja nichts. Wir sehen ja, was hier passiert. Und danach werden wir dann gucken. Wir wollen natürlich noch eine Strecke bauen von Lichte nach Neuhausen. Äh. Nach Neustadt. Oh. Ich habe irgendwelche Linien, glaube ich, als Neuhausen benannt. Also ich sehe noch keinen Skifahrer. Ich weiss aber auch nicht, ob irgendeiner schon in der Nähe ist. So. Und sonst. Wir haben den Skifahrer ja gesehen. Also wir haben gesehen, das funktioniert eigentlich. Dann würde ich dann doch gerne zum Thema Züge wieder zurückkommen. Weil jetzt sind wir doch zwei, drei Folgen hier mit dem Skilift. Und den Dingen sehr beschäftigt gewesen. Das macht Spass, weil es eine coole Mod ist. Das ist ganz klar. Aber im Endeffekt, der Herr Heisenberg möchte seine Züge wieder haben. Ich bin immer noch auf voller Pulle, aber so richtig. Ja, lasst uns noch mal schauen. Wo seid ihr? Der ist hier. Der ist hier. Der ist hier. Die sind halt unglaublich langsam. Der ist hier ein bisschen näher. Und der kommt gerade raus. Okay. Also einer kommt gerade raus. Dann müsste es doch funktionieren, theoretisch. Weil zusammengeschlossen haben wir es jetzt. Oder habe ich hier bei der Linie irgendwas anders gemacht wie bei der anderen? Ich glaube nicht. Der fällt aber auch schon wieder runter. Also ich möchte mich so richtig, dass hier nicht funktionieren, so wie es aussieht. Naja gut, aber wir haben ja bei der anderen Skipiste gesehen, dass es klappt. Warum es jetzt hier gerade nicht klappt, ist mir ein Rätsel. Aber ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben. Dann könnt ihr es ja kurz in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr das je nachdem noch fixen. Weil, ja eben. Den Skifahrer haben wir gesehen. Den haben wir auf Band. Es funktioniert das Ganze. Gut, vom Skifahren gerne zurück hier zu den Zügen. Wir haben hier, glaube ich, schon mal festgelegt, wo wir lang gehen. Nämlich von hier aus. Ich kann ja mal schon mit den Linien gucken. Ja, weil hier ist nämlich nichts drauf. Würde heissen, wir düsen hier lang. Dann haben wir ja sogar einen zweigleisigen Abschnitt. Dann machen wir mal die vier. Dann düsen wir hier lang. Düsen nachher oben. Jetzt muss ich die vier nochmal weg haben. Bis hierhin hätten wir Platz. Danach geht das hier rein. Zu diesen Linien. Da glaube ich, das ist nicht ideal. Weil das eine ist der 1 km Güterzug. Sieht man hier. Das andere ist die Universallinie. Da würde ich nicht reingehen. Ich würde da das Ganze anders machen. Lass mich mal kurz ein Gleis nehmen. Achso, jetzt bin ich hier wieder bei den Teilen. Moment, ich müsste. Wo ist denn hier sozusagen das reguläre Vanilla? Das klingt nicht schlecht. Jawohl, da ist mein Gleis. Dass wir hier unten irgendwie rausgehen. Das ist ja eingleisig. Das sehe ich richtig. Jawohl, von hier aus kommen. Ne, das wird hier zweigleisig. Aber das wird hier eben zweigleisig, weil hier glaube ich schon zukommt. Ja, hier ist eine Linie drauf. Okay, nochmal die vier. Nochmal mein Gleis. Das heisst, wir gehen hier raus. Also das ist in dem sie ja nicht zweigleisig, sondern hier fährt eine Linie und hier fährt dann unsere neue. Wenn wir hier zum Beispiel ausfädeln. Ich fädel mal. Jetzt gucken, dass wir irgendwie möglichst schnell aus dem Boden oder wieder auf dem Boden zurückkommen. Aus dem Tunnel raus. Das wäre da. Das ist allerdings irgendwie genau auf der Strasse drauf. Aber wisst ihr was? Die Strasse hier. Lass mich mal die Doppel eins machen. Man sieht ja nichts. Die können wir natürlich wegmachen. Da sind ja keine Häuser dran. Das stört uns ja gar nicht. So, irgendwie so. Jawohl, dann hier raus. Gerne mit dem Portal. Und hier den Häusern entlang. Nämlich so. So, wir werden das auch gleich wieder noch zweigleisig machen. Jetzt müssen wir hier aber tatsächlich wieder eine Kurve haben. Hier ist auch noch der Güterbahnhof im Weg. Und irgendwann müssen wir uns da noch klar werden. Oder es muss uns klar werden. Wo wir genau lang wollen mit dem Teil. Weil ich möchte natürlich, wenn es irgendwie geht, wieder Gleis nutzen, das wir bereits haben. Und jetzt nicht hier alles separat bauen. Gut, das können wir hier aber auch zweigleisig noch machen. Ich würde sagen, nach dem Tunnel wird das hier wieder zweigleisig. Sehr schön. Fast ein bisschen durchs Städtchen durch. Das gefällt mir sowieso immer relativ gut. So, und jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken, was machen wir denn jetzt genau. Wenn wir hier lang gehen. Wir haben hier Gleise. Wer fährt hier? Lichte Werkzeug und linder Baumaterial. Das würde passen. Das ist einfach eine Güterlinie. Dann, Moment. Dann möchte ich natürlich trotzdem schnell irgendwie die Linie haben. Zumindest eine von beiden. Wir können auch beide aufrufen. Das geht natürlich hoch. So, mal gucken, was die genau machen. Die düsen dann hier lang, hier runter. Okay, die schlängeln sich hier runter, runter, runter. Kommen dann hier raus. Düsen dann hier lang. Und hier vorne geht es in diese Gleise rein. Das könnten wir alles auch machen. Würde uns dann hier runterführen. Das wäre so falsch nicht. Wir könnten hier tatsächlich noch weiter mit der Linie. Führt uns das sogar direkt nach Neustadt? Nö, doch. Moment. Ne, führt uns zur Güterzentrale. Neustadt ist irgendwo da hinten. Äh, wenn wir schnell gucken. Da. Ja, aber das könnten wir machen. Und dann gehen wir hier wieder raus. Ja, das würde ich sogar so machen. Aber wisst ihr was? Jetzt machen wir ganz kurz was anderes. Jetzt müsste ich nur wissen, wo. Ich habe irgendwo wieder, äh... Achso, in Neustadt logischerweise. Da habe ich wieder Neuhausen, glaube ich, draus gemacht. Aus den Cargo-Linien. Aus den Lastwagen-Linien. Sehe ich das richtig? Mal lassen wir mich mal schnell gucken. Neuhausen. Lkw-Food. Genau. Das ist natürlich nicht Neuhausen. Am einfachsten wäre es bald, wir würden Neustadt umtaufen in Neuhausen. Dann müsste ich nicht immer die Linien neu machen. So, jetzt haben wir aber noch eine zweite Linie gehabt hier. Äh, da haben wir sie. Das wäre dann auch Neustadt. So, Neustadt. Jawohl. Lkw. Einmal noch eine Leertaste. Dann einmal diesen hier. Und dann funktioniert das auch schon. Gut. Das ging jetzt schneller als gedacht. Da können wir nochmal schnell zurückdüsen. Und nochmal schnell gucken, wie wir es genau handhaben. Wenn wir die beiden Linien haben. Äh. Moment. Warum kriege ich jetzt hier nichts angezeigt? Der ganze... Achso, weil das... Das ist das Gleis, was wir gerade gelegt haben. Das hier vorne brauche ich. Genau. Dankeschön. So, einmal diesen. Und einmal das blaue Teil nochmal dazu. Das, was wir vorher schon hatten. Und jetzt werden wir das nochmal eruieren. Also, das funktioniert ja prächtig, dass wir nachher hinten kommen. Hier rüber düsen. Hier die Kurve. Dann hier unten lang. Das machen wir alles mit. Düsen hier lang. Machen wir alles mit. Und hier vorne wollen wir aber nicht zur Güterzentrale hoch. Sondern hier wollen wir in die Richtung weiter. Das würde heissen, wir fädeln hier aus. Und gehen in welches Gleis. Irgendwo da vorne. Das würde jetzt hier wahrscheinlich nochmal zu einer Brücke oder etwas führen. Ich würde hier mal noch ausfädeln bereit. Weil was wir ausgefädelt haben. Richtig. Das haben wir ausgefädelt. Dann wissen wir beim nächsten Mal, wenn wir hier was machen, wieder wo wir stehen geblieben sind. So. Einmal hier raus. Dann einmal hier noch rein. Und jetzt kann ich das hier kappen. Weil jetzt sind wir ja wieder dort, wo wir eigentlich mit unseren eigenen Gleisen unterwegs sind. Was passiert denn, wenn wir hier lang düsen? Guck mal, das führt uns eigentlich in die richtige Richtung. Das können wir auch anders lösen. Wenn wir hier einfach rüber gehen. Nicht in die Richtung. Wer ist denn hier unterwegs? Äh, Rot. Der gläserne Zug. Ah, sehr schön. Ja gut, da können wir aber in die Gleise rein. Das müssen wir gar nicht so machen. Ich kapp das mal. So, dann haben wir hier wirklich überall bestehendes Gleis. Also, wenn wir hier daher kommen und nachher hier reingehen. In diese Linie von gläsernen Zug. So, dann geht das hier lang. Geht nachher vorne. Dann geht das nämlich mehr oder weniger Richtung Neustadt. Oder geht das sogar Richtung Neustadt? Ne, Hamburg. Okay, dann sind wir hier und müssen nach da oben. Ja, dann, jetzt habe ich halt leider die Linie. Abgeklemmt. Die hätte ich gerne nochmal. Ja, können wir auch alles machen. Können wir auch alles machen. Sind wir hier in Hamburg. Wie ist es denn, wenn wir nachher hier rausgehen. Und dann hier mit da rein. Das wäre doch eine Möglichkeit. Weil das führt uns dann zwangsläufig nach Neustadt rein. Hier über die Brücke. Hier mit dem Kreisel in den Bahnhof rein. Das fände ich eigentlich keine schlechte Lösung. Ich würde mal sagen, das werden wir so machen. Gut, liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spass gemacht. Wir haben tatsächlich einen Skifahrer gesehen. Also, von daher, die Mord funktioniert. Und sie macht tatsächlich auch Spass. Sie ist nicht ganz ohne. Man muss ein bisschen basteln. Aber dann funktioniert sie. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.